Bitte nach vorne, die Stadt Nr. 128, Christian Farnberger, nach vorne bitte. Ich verdiene trotzdem einen Applaus. Die Stadt Nr. 138, Bernd Gösleiner. Die Stadt Nr. 140, Dago Pelusvic. Die Stadt Nr. 141, Mario Wozic. Die Stadt Nr. 150, David Petner. Die Stadt Nr. 141, Mario Wozic. Der sechste Platz in dieser Klasse, mit der Stadt Nr. 148, Modestas Puysse. Der fünfte Platz, mit der Stadt Nr. 139, Demis Gatis. Der fünfte Platz in dieser Klasse, mit der Stadt Nr. 146, Andreas Wozic. Der fünfte Platz in dieser Klasse, mit der Stadt Nr. 145, Entmundas Jonurnas. Der zweite Platz, mit der Stadt Nr. 118, Florian Kampfer. Gewinner dieser Klasse, bleibt eh nur mein Lieber. Bis zum nächsten Mal, noch mal 233. Gerhard Ferner. Danke sehr. Herzlichen Dank an alle Milikotheken und der Vormannsklasse. Danke sehr.